Gib den Menschen nicht mehr als das, was sie brauchen und verdienen. Denk daran, die Rose stirbt, wenn man ihr zu viel Wasser gibt. Alles in Maßen. Zu viel von bestimmten Dingen kann schädlich sein. Es ist wichtig, das richtige Maß zu finden und es einzuhalten. Achte auf die Bedürfnisse anderer. Aber achte auch darauf, dass du ihnen nicht zu viel von etwas gibst, wodurch sie dann Schaden haben. Versuche zu verstehen, was andere wirklich brauchen und sei fürsorglich für andere. Aber achte darauf, dass du ihnen mit dieser Überfürsorglichkeit nicht schadest. Manchmal kann zu viel von etwas anderen mehr Schaden bringen, als ihnen zu nützen. Kenne die Grenzen. Es ist wichtig zu wissen, wann man aufhören sollte. Achte darauf. Manchmal hat man die Absicht, jemandem Gutes zu tun, aber dabei tut man etwas, was den anderen verletzt und was dem anderen schadet. Finde das Gleichgewicht. Denn das Gleichgewicht ist der Schlüssel. Ein Gleichgewicht in diesen Dingen, wenn wir anderen helfen, hilft uns, inshaAllah, viele Probleme zu vermeiden. Probleme für uns und Probleme für andere. Denk darüber nach. Und das Gleichgewicht. Bis zum nächsten Mal.